so hallo meine lieblings abonnenten willkommen zurück zu gothic wir haben in der letzten folge das golem rätsel gelöst was ja im prinzip kein rätsel war oder mehr so eine art herausforderung auf jeden fall gelöst wir haben eine rune bekommen von einem flammendämon und haben jetzt den zugang zu xardas turm und hier ist er der gute xardas wagt es meine studien zu unterbrechen mein name ist ich will deine name nicht wissen erst unwichtig wichtig ist nur dass du der erste seit vielen jahren bist der meine golem rätsel gelöst hat gab es andere besucher nicht viele und als sie mir lästig wurden machten sie bekanntschaft mit einem meiner höheren wesen du bist wohl gerne ungestört was saturas schickt mich wir brauchen deine hilfe die wassermagier wollen ihren großen erzhaufen der erzhafen ist nicht die lösung nein die feuermagier sind alle tot gomm es hat sie ermorden lassen das wundert mich nicht sonderlich diesen dummen barbarischen schlechtern in der burg allen voran gomm es war noch nie zutrauen choristo und die anderen magier haben sich ihren henker selbst gewählt als sie gomm es damals halfen die macht an sich zu reißen frage ist doch warum haben die feuermagier damals einfach selber die macht ergriffen und eine garda armee erschaffen um sie zu schützen und direkt zu befehligen statt gomm es irgendwie den mächtesten mann des der kolonie werden zu lassen bin ich ganz sicher na egal der sogenannte schläfer soll ein übler erzdämon sein das hat die bruderschaft im sumpf herausgefunden die wassermagier glauben nun dass wir alle in der kolonie in großer gefahr sein die gefahr ist größer als irgendjemand innerhalb der barriere erahnen kann wenn die sprengung des erzhaufens die große gefahr nicht beseitigt vergiss den großen herzhaufen seine energie wird die barriere nicht sprengen können hätten choristo und saturas in den letzten jahren weniger zeit für ihre törichten und eitlen streitereien verschwindet dann wüssten sie jetzt vielleicht auch das was ich weiß was denn keiner der zwölf magier von damals scheint sich je gefragt zu haben warum die erschaffung der barriere außer kontrolle geriet und sie diese riesigen ausmaße annahmen hast du es herausgefunden eins ist auf jeden fall klar die antwort liegt tief unter der stadt der orks die stadt der orks die orks sind nicht etwa wie viele glauben tiere ihre kultur reicht fast ebenso weit zurück wie die der menschen vor vielen hundert jahren beschwörten fünf orkschamanen einen uralten erzdämonen um ihrem clan die macht zu verleihen ihre feinde zu vernichten war dieser erzdämon der schläfer diesen namen gaben ihm die orks erst viel später doch warum sie das taten und warum sie heute vor diesem überwesen in furchter zittern werde ich dir nicht erzählen nur warum nicht ich glaube du könntest der um mir ganz sicher zu sein musst du noch eine weitere aufgabe lösen was für eine aufgabe hör gut zu die orks haben einen ihrer schamanen aus ihrer stadt verbannt warum haben sie ihn verbannt das konnte der sterbende orkkrieger der von einem meiner dämonen befragt wurde nicht mehr von sich geben das ist echt ein sympathischer kerl der xalas ne was hat dieser orkschamane mit meiner aufgabe zu tun er wird dir den fehlenden teil der geschichte über den schläfer erzählen ein orkschamane wird sich wohl kaum mit mir unterhalten willst du nun meine hilfe oder willst du sie nicht doch schon aber dann stelle meine worte nie wieder in frage suche den schamanen er ist nicht gut auf seine brüder in der orkstadt zu sprechen also wird er dir vielleicht zuhören bevor er dich zu einer lebenden fackel macht sehr beruhigend alter dieses kamera rennen und rauszuholen ist ein bisschen nervig irre wo hält sich dieser verbannte auf gehe zum alten kastell östlich von hier es ist nicht zu übersehen denn es steht auf dem gipfel eines hohen berges der schon von weitem zu sehen ist kann man es so einfach betreten es wird zwar noch altes kastell genannt aber genau genommen stehen da nur noch die grundmauern es ist schon seit vielen jahrzehnten eine ruine ich werde mir die antworten von diesem schamanen holen mein diener hat dir ja bereits eine teleportationsruhne für das pentagramm einen stock tiefer gegeben damit sollte es kein problem für dich sein wieder hierher zurückzukehren ich suche magisches wissen also skelett beschwören golem beschwören monster schrumpfen tja golems und skelette beschwören halte ich für eine gute idee und ich kann mir das manatechnisch auch leisten Expertiseklinge Oh right, where i can Grey tja 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 Gucken was ich hier übrigen kann Söldner Klinge, uh... 73 zu... öh... 66 Dann kriegst du mal eine Hüterklinge, Alter. Ich glaube, das reicht nicht. Musst du dir ein bisschen zurückgeben. Wobei Skelette sind halt auch nicht so cool. Ich kann dir einen Berserker-Schwert geben. Ich kann dir auch einen Vollstrecker geben. Und jetzt, Alter, ich hab echt, echt ein Talent dafür. Für 820, 850. So. Mich so hinzustellen, dass es hier nervt. So. Mana, mana, mana. Zack. Perfekt. Gut. So, jetzt aber, Golem und Skelett beschwören ist definitiv eine coole Sache. 7 und 8. Ne, andersrum. 7, Golem ist 8. Wenn ich meine, Schwierigkeiten bin, kann ich einen Golem beschwören. Und der kann dann für mich die Sachen wegtenken. Da hab ich ziemlich Bock drauf. Finde ich gut. So. Osten, das alte Kartell. Wir müssen also wahrscheinlich da lang, oder? Guck mal auf kurz auf den Charakter. Das ist Osten. Wir müssen auf jeden Fall die andere Seite der Weggabelung nehmen. So. Das Problem an dieser Stelle hier ist, komm mal, dass es keinen Ausgang gibt. Ich weiß, dass in der Hand of Blood Folge von Hand of Blood, wo er auch hier an der Stelle war, hat er verzweifelt, ich glaub, gefühlte 10 Minuten den Ausgang gesucht und den nicht gefunden, bis er dann einfach heruntergesprungen ist. Und man muss tatsächlich hier in den See springen. Es gibt keinen anderen Ausweg. So, wir nehmen mal ein bisschen Anlauf, machen einmal den und ich hab vergessen zu speichern. Ehrlich. Laden. Zum Glück ist mir das einfach mal in. Oh. Oh. Jetzt müssen wir alles nochmal machen. So, komm. Einmal mal ein schneller Durchlauf. Zack, 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 zack. La, 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 la. Komm hier. Ja, ja, gut. Ja, tada. Auf zum alten Kastell. La, la, la. Äh, nee, ich bin der Auserwählte. Warum bin ich verbannt? Weil auch Schamane. Lebende Fackel. Dann werde ich hierher die Antworten holen. Jetzt suche ich nochmal magisches Wissen. Und zwar hätte ich ganz gerne nochmal 1, 2, 3, 4 Golem. 1, 2, 3, 4. Nee, nur 3. Eine Hüterklinge. Ein leichte Zweihänder. Ein Berserker-Wort. Und jetzt kriegst du noch ein bisschen Erz. Oh, das wollte ich nicht. Warte mal. Hier bis 50 gehen. Jetzt nochmal 1, 2, 3. Perfekt. Und annehmen. Speichern. Im Sprung dachte ich mir schon, alter, der wird bestimmt wieder einen kurzen Sprung machen und dann komme ich nicht, dann komme ich da nicht weit genug raus und dann sterbe ich. Und es ist passiert. Und dass ich nicht gespeichert habe, ist mir natürlich erst eingefallen, nachdem ich schon gesprungen bin. So. Die lieben Skelette auf 7, Golem auf 8. Hänge ich mal im Speichern und dann beschwemmen wir meine Golem. Dann zeige ich euch den mal. Ist nämlich ziemlich cool. Ich finde. Und PENG! Hallo, Golem! Na, mein Junge? Und er läuft mit. Mit mir. Der ist mein bester Freund. Die Frage ist, wie lange bleibt der mein bester Freund? Keine Ahnung, wie lange. Das war doch schon ein besserer Sprung. Okay. Laden. Dann machen wir das einfach nochmal. Laden. Jetzt bin ich wieder nicht weit genug gesprungen. Ach bitte, was? Ey, tue ich mich jetzt bitte echt so schwer, da scheiße runterzuspringen? Stimmt denn nicht bei euch? Ach, komm schon! Mach mich bitte nicht fertig auf die letzten Meter. Das ist unglaublich. Wohin soll ich denn springen? Wohin soll ich springen? Dahin vielleicht. Da ist alles... Da ist alles... Das ist alles flach, das erscheint tiefer. Dann springen wir jetzt dahin. So. Ja, das war knapp. Ja, das war knapp. Das war ganz schön knapp. Junge, dieses Spiel möchte, dass ich sterbe. Gut, das haben wir geschafft. Nur geastert. Also, während Hand of Blood den Ausgang nicht gefunden hat, kannte ich den Ausgang, habe es aber nicht geschafft. Dort vernünftig runterzuspringen. Weißt du, ob es bescheuert ist? Ich glaube einfach, dass sie es schlicht vergessen haben, da einen Ausgang hinzubauen. Scheinlich, oder sie haben es in Absicht nicht gemacht, weil sie gesagt haben, ja, der kann sich doch raus teleportieren. Super Idee, wenn man direkt eine Straße weiter muss. So, wir sehen bestimmt gleich irgendwelche Feinde. Da, das ist das alte Kastell, da müssen wir hin. Ich glaube, wir sind hier einmal durchgegangen, weil ich das erste Mal ins Orggebiet wollte, beziehungsweise zur, ähm, wie heißt das? Äh, äh, komm, sag schnell, zur Bergfestung. Bin ich überhaupt richtig? Sieht nicht dann noch aus. Bin ich blöd? Ihr seht, ab dieser Stelle hat mein Wissen um das Spiel doch ein paar Lücken. So, das hat gut geklappt. Ach, hier hätten wir lang gemusst. Und da hinten sind Orgs, die haben wir super im Gang. Die Jungs. Aber weil ich so ein fieser Typ bin, renne ich die jetzt von hinten einfach um. Mit einem Trank der Geschwindigkeit. Intus. Rennirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnir Bloß nicht zu lange sollte ich die Knippe drücken, sonst renne ich hier einfach ganz schamlos und ungeniert die Klippe runter. Oh, ich höre da Leute sich prügeln, bzw. Orks. Und zum perfekten Zeitpunkt, hat doch der Sprint-Tank aufgehört. Da ist doch Schamane, wir müssen dem Schamanen helfen. Oha, ein Ork-Tempelkrieger. Oh, der hat uns super Damage gemacht. Aber ein bisschen Angst, und während die sich prügeln, trägt man mal kurz ein paar Tränke. Und nicht weiter. Yo, Ork-Tempelwachen, die wachen ja unfassbar Schaden. Tempeltkrieger, die halten ein bisschen mehr aus. Geh mir mal, ne, die Sachen zwischendurch ein, so und jetzt suche ich mal eine schöne Stelle zum Reden und rede mit dir. Oh, Schak, hallo. Hallo, hallo, rede mit mir. Ich musste ihn erst nochmal ankloppen, dass er... Dank Schulden, verdammt, böse Orks töten wollen mich. Alte Brüder seien heute Feinde. Woher kommst du unsere Sprache? Urshak gewesen. Sklave bei Menschen in Mine. Sein gelaufen weg. Seien viele Winter her. Wer bist du? Name Urshak. Sein Sohn von Geist. Menschen, Männer, Schamane. Du warst Sklave in der Mine? In welcher Mine? Mine gewesen mit Dorf in Kessel darüber. Also die freie Mine. Da waren die, glaube ich, noch nie, ne? Warum kämpfen deine Stammesbrüder gegen dich? Urshak, gefallen in Unnadel, haben beschmutzt Ehrfurcht vor Kruschak. Glauben, Kruschak sein Börser demord. Was heißt Kruschak? Menschen sagen, schlafen. Du meinst Schläfer? Ja, Menschen sagen, schlafen. Was weißt du über den Schläfer? Fünf Brüder seien gewesen. Seien viele Winter vorher. Waren Söhne von Geist, wie Urshak. Fünf Schamanenreisungen. Haben gerufen, Kruschak. Haben besiegen wollen, Clan von Feind. Fünf Brüder von damals haben gebaut Tempel in Erde für Kruschak. Ein unterirdischer Tempel zu Ehren des Schläfers. Das muss Xardas gemeint haben mit Unter der Orkstadt. Was passierte dann im Tempel unter der Erde? Brüder von damals haben gegeben Herz für Kruschak. Aber Kruschak gewesen böse. Kruschak verfluchen alle, die bauen Tempel. Brüder ohne Herz nun seien tot und lebendig. Seien beides. Kruschak haben Herz von Brüdern. Herz seien Kraft für Kruschak. Was passierte mit den Arbeitern, die den Tempel erbauten? Kruschak verfluchen alle. Auch die gewesenen Arbeiter seien allen tot und lebendig. Haben die Orks an der Oberfläche nichts unternommen. Haben verschlossen Tempel. Brüder von heute anbeten, Kruschak. Kruschak bekommt Opfer, damit nicht werden böse. Urschak-Opfer finden falsch. Haben gesagt, Kruschak böse. Brüder wollen nicht hören. Brüder sagen, Urschak gehen. Brüder schlagen Urschak. Ich muss in den unterirdischen Tempel. Kannst du mich dort hinbringen? Urschak sagen Dank zu Fremden. Fremde retten Urschak. Aber Eingang vom Tempel in Heimat. Urschak nicht können gehen Heimat. Verstehe. Sie lassen dich nicht mehr in die Orkstadt zurück. Kannst du mir sagen, wo auf meiner Karte hier die Orkstadt ist? Heimat von Urschak sein. Du kannst nicht bewahren. Fremde geben Karte. Dann Urschak machen Karte fertig. Erstaunlich. Du bist ein guter Kartenzeichner. Danke. Nun, dann muss ich mir den Weg wohl freikämpfen. Brüder in Heimat. Seien sehr stark. Brüder seien sehr viel. Fremde nicht gehen. Viele Krieger. Fremde sterben. Andere Söhne vom Geist in Heimat. Machen Fremde Feuer. Dann Fremde sterben. Okay, okay. Aber ich muss einen Weg in den Tempel finden. Urschak keinen Weg. Fremde tragen Ulumulu. Ulumulu? Was ist ein Ulumulu? Seien Standard der Freundschaft. Brüder respektieren Ulumulu. Fremde tragen Ulumulu. Dann Fremde nicht sterben. Wo bekomme ich ein solches Ulumulu her? Fremde gehen zu Freund von Urschak. Freund von Urschak geben Ulumulu. Fremde tragen Ulumulu. Dann Fremde nicht sterben. Ja, ja. Das mit dem Nichtsterben habe ich verstanden. Aber wo finde ich deinen Freund? Freund von Urschak seien in Miene von Menschen. Freund damals nicht laufen weg mit Urschak. Freund damals gewesen krank. Warst du in der alten Miene gefangen? Urschak nicht versteht. Warst du in der verlassenen Miene gefangen? Urschak nicht kennen worden. Warst du in der freien Miene gefangen? Urschak gefangen in Miene und Dorf in Kessel. Urschak glauben Menschen nennen so. Danke für deine Hilfe. Urschak danken Fremde. Fremde retten Urschak. Fremde nun Freund von Urschak. Freund nehmen Geschenk. Nehmen Talisman von Urschak. Talisman schützen vor Atem von Feuerwarrern. Urschak nicht können gehen, Heimat. Urschak nun hier wohnen. Freund kommen, wir brauchen Hilfe. Vielleicht werde ich auf dein Angebot zurückkommen. So, das war Urschak. Urschak ist ein ganz netter Kerl. Jetzt haben wir alle Infos, die wir brauchen. Alter, der ist der Vogel laut gerade. Mehr Infos brauchen wir nicht. Von daher, jetzt müssen wir zum anderen Org. In die freie Miene. Das bedeutet, wir müssen zurück ins... Neue Lager. Das bedeutet... Das. Und hinter mich stetschein. Hast du mit Xardas gesprochen? Ja. Die ganze Sache ist anders, als du denkst. Was heißt anders? Er muss einen Weg finden, wie wir den Erzhaufen sprengen können. Der Erzhaufen... Ist mittlerweile sehr groß. Suche Xardas. Er muss uns helfen. Gut. Mit diesen Worten verabschiede ich mich von dieser Folge. Kannst du dich woanders üben. Gut, dass du kommst. Ich habe schon auf dich gewartet. Okay. Du hast auf mich gewartet. Warum? Gorn bat mich, dich bei deinem Auftauchen hier sofort zu ihm zu schicken. Was ist los? Er hat einen Plan zur Befreiung der besetzten Miene. Bewacht er noch den Zugang zur Miene? Ja. Bitte suche ihn so schnell wie möglich auf. Aber wie gesagt, das machen wir in der nächsten Folge, weil... 22 Minuten. Es wird Zeit für eine Pause meinerseits. Ich habe gut was geschafft heute. Ich freue mich sehr und freue mich auch auf euer Feedback zu den Folgen. Seid bitte so nett und gebt mir mal ein bisschen Feedback, dass ich weiß, dass es gut läuft, dass es nicht so gut läuft. Was ich verbessern könnte. Weil, Entschuldigung an den letzten, an den nächsten Folgen. Wie ihr eben vielleicht merkt, gehen wir auch langsam ins Finale dieses Let's Plays. Wir sind auch schon Level 23. Wir sind fast Level 24 in 11.000 Erfahrungspunkten. Und haben schon wieder 51 Lernpunkte. Perfekt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und tschüss. Tschüss.